Oh, schlecht gezeichnet. Stahllos? Beschütze die Dorfbewohner, während sie die Feuer löschen. Kein Ding! Wenn ich wenigstens so eine Anzeige hätte, wie viel die noch an Leben oder sowas hätten, wäre das viel einfacher. Und schön ins Wasser reingeknallt. Was? Ah, ins Feuer. Alter, ich hab dich voll ins Feuer reingeknallt. Stirb jetzt! Alter! Da sind Flammen! Boah, Alter! Geh jetzt mal down! Der ist down! Können Degen diese Rollen-Babse hier! Bam! So, was ist denn jetzt noch alles? Kein Ding! Das wird ja immer dreister hier! Okay, muss man ein bisschen aufpassen jetzt hier. Was soll ich mir növer? Hochspringen und B! Hochspringen und B! Hochspringen und B! Hochspringen und B! Dreister! Und nochmal schön! Hochspringen und B! Das wird ja immer! Sag ich doch! Oh ne! Tut mir leid, Leute! Das ist echt... Und nun? Muss ich jetzt hier zurück? Hier muss ich nicht. Wo muss ich jetzt hier rein? Ich kann hier rein, okay. Gott sei Dank, da hab ich Leben bekommen. So! Das Haus ist am Brennen und so, aber... Scheiß nochmal der Hund drauf. Wir laufen jetzt hier rum. Warum ruft da eigentlich niemand die Feuerwehr? Dann ist nochmal Zeit. Was war das? Okay, das war jetzt so einfach, ich Idiot. Das ist unser Weg hier raus. Meins! Das ist viel nötiger als du. Ich bin viel wichtiger. Wirk du doch Magie! Du bist selber ein Drachenreiter. Wirk Magie auf diesen Tormechanismus. Lass mich raten, wir müssen jetzt da rüber laufen. Und es von da aus aktivieren. Letten. Oder wie jetzt? Sehe ich das falsch? Ich wüsste jetzt sonst keinen Weg. Wie hoch kann ich nirgendwo? Das halten tut er sich nicht. Na, ich glaube, ich muss da... Ach ja, stimmt. Die Kamera ist für den Haus. Kontrollpunkt. Wir müssen fliehen! Achso, jetzt von neuem helfen. Alter! Willst du mich rollen? Da hat er eben echt mit nem scheiß Eimer über hier rüber gehauen, oder was? Alter! Komm her! Und tschüss! Hehe! Mehr! Und tschüss! Hehe! Warte mal, ich hab noch ne Idee. Geht nicht, schade. Jetzt ist aber mal gut. Ja, und ich bin natürlich das Arscher, was angegriffen wird. So, reck damit jetzt. Jetzt hier rein. Okay. Und Mühle? Äh, was war Mühle? Schön! Bringt nix! Wir müssen, äh... Ja, genau. Okay, dritte Passage. Machen die jetzt grads hier Bro und so, äh... Jungs! Aua! Boah, fucking Triple-Camp! Aber die sind voll einfach, weil die nämlich jetzt nur Bogen benutzen. Komm, kein Ding! Und tschüss! äh, so, nein, jetzt hier so, wir gehen jetzt hier rum Störf, 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 Störf Störf, Störf, Störf der stirbt nicht Ha Alter schon Hier haben wir was für mich Äh, war das jetzt richtig? Anscheinend war das korrekt von mir jetzt Ey, mach mal weg jetzt hier, ja Jetzt nenne ich immer mehr an Star Wars Oh ja, jetzt brennt das Arschloch auch noch Eine Achtung, jetzt auch nicht, der hat mit seinem letzten Scheiß Fall Ist nix mehr? Kommt er durch? Oh shit, nein, da komm ich nicht durch Ähm Hier hoch Und hier hoch Und hier rüber Schwingen Schwingen dein Ding mit dem Schokoring Du bist der Schokotag Und runter Oh yeah Und zu wissen, was ich hier tue Habe ich das richtig gemacht Ich gehe auch trotzdem mal hier weiter lang Jawohl, Leben Habe ich auch nötig So, jetzt geht's hier einfach mal runter Knallhart Hier geht's nicht lang Hier geht's auch nicht lang Ein Soldat mit Schild Eine erste echte Probe Beobachte den Feind Zieht nach einer Deckungslöcke Wirkt notfalls bei dir um einem zu schaffen Hilfe Geh ich an dich runtergeschubst, du Arsch Wenn ich dazu kommen würde, würde ich's gerne machen Okay, ich bin so gut wie da Feuer Hö, Hö, Hö Hö, Hö Hö, Hö Oh, da weicht das Arsch raus Immer weiter so machen hier Das töntet dir am schnellsten Und gibt mir die meiste Wohlzeit Okay Aua Beschütz mich doch, Boone Soll ich ihn jetzt mal an? Hallo Ich hab jetzt über den Schlag verpasst, ja Wir müssen da durchbrechen Ja, hast du's gesehen Immer schön die Magieeinsätze Jetzt hier Das wird unsere mächtigste Waffe jetzt hier Die Magie, ey Und dieser Überaus Haut zu, wenn es am besten ist So, ich muss doch eigentlich gerade Malerweise musst du jetzt da hoch oder nicht Ja, also Puh, ähm Ah Ja, vor allem wenn die sind immer wieder kaputt, Mann Die volldumpfbacken hier Was ist das denn jetzt für eine dumme Angelegenheit? B ist irgendwie dieses hahnlose Geschissen-Zeus Und alles, glaube ich, dann diese Mega-derbe-Sweet-Polle Ja, so geht's auch Mit dem Balken Lass mich in Ruhe Fettes Walross Drecks Vieh Arschloch Pussen Sau Sack Diesen meint er So, kann ich jetzt endlich den Scheiß hier haben Oh ja, genau So, geht's denn hier lang Tschüss Tschüss Tja, ein Scheiß-Schwert hier, wahr? Habe ich dir ein Scheiß-Schwert geklaut, ihr Combo-Ron Lass die Wichser mal ihre eigene Party feiern Das gehen wir dann auf dem Semmel hier Nein, warte mal, das war falsch Hallo Oh, das hängt halt an der Mauer fest, oder was? Was ist denn jetzt, ey? So, kann ich jetzt Aus dem Bo-Bo-Ron Ist der mit runtergeflogen? So, Loser Keine Ahnung, und jetzt? Anstatt dass er einfach da runterspringt, ne? Ach, mein, ja, mein Das gab's doch selbst nicht Jetzt darf ich also mal Weg wird ihr jetzt So, es geht wieder runter So, es geht wieder runter Wo geht's noch mal runter? Ah, hier Ah, Junge Verrücktes Monge Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh So, was er jetzt eingesetzt Und weg ist die Scheiße Doch hier Die wissen doch, wer ich bin Ja, komm jetzt hier Bam, bam, bam Bam, bam Hallo Oh, jetzt kommen die Schweine auch noch dazu, ey Ey, es gibt's doch nicht Ich will Magie einsetzen jetzt Hier, Bo-Ron geht's auch nicht gut hier Sag mal, er kann jetzt auch mal irgendwas wieder treffen Aua, aua Aua Stirbt jetzt einfach mal alle Sand hier Boom, Baby Verstattet jetzt einfach mal diese scheiß dummen Menschen zu attackieren Können das Ding ruhig mal die Obersack attackieren Fuck it Fuck you 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 Hier, nein Geh nach die Ich nicht Fuck you Fuck you Mach ihn jetzt Oh, scheiß, töte mal in dieser verfickten Urgehalts, ey. Nein, lass mich in Ruhe. 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 Okay, den Schein habe ich schon mal. Alter. Nein, fick dich. Lass mich jetzt in Ruhe. Ja, komm. Das war jetzt krass, was immer mal passiert. Ey, das ist doch scheiß. Ich weiß, der hat die ganzen Dreckssperre immer schön dick auf die Urgehalts draufgeknallt, ne? Verdammtes Schwein! Verdammtes Schwein! Ja, und deswegen soll ich jetzt hier nichts machen, oder was, hier? Batz, hier. Erst mal, ich hab's den Schild hier weg, hier. Stört doch einfach, Alter. Schöne Sache hier. Und tschüss. Hallo? Ah, fuck. Falsche Richtung. Nein, ich muss auch Y. Geht doch. Meine Fresse, Alter. Ich muss mich gerade hier richtig konzentrieren. Schön, der ist ins Wasser geflogen. Lass mal Bohren hier in Ruhe, ja? Ja. 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 Und tschüss. Höhö. Und tschüss. Zack. Feuer. 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 Drecksvieh, Alter. Da hab ich aber die Schnauze voll hier. Gott. Da, normal. Inhalt wird gespeichert. Bitte die Xbox nicht ausschaltet. Ich hab kein Ei gefunden. Ich hab kein Ei gefunden. Entschuldigung. Oh, Leute. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Eine Stunde. 18 Minuten. Das Spiel ist ganz in Ordnung. Das Spiel ist ganz in Ordnung. Macht zwar jetzt nicht so den großen Gaudi. Aber naja. Was willst du machen? Überall sind. Kein Haken. Gut. Wir belassen es erstmal jetzt hierbei. Und, äh. Ja. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es als Let's Play haben wollt. Oder ob ihr es lieber nicht als Let's Play haben wollt. Ich weiß es doch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns halt dann demnächst, würde ich sagen. Tschüss. Bescheid. Untertitelung des ZDF, 2020